In unserer Seele versteckt sich eine gutmütige Fee, die Empathie heißt. Jedes Mal, wenn jemand sich wehtut oder traurig ist, verbreitet sie ihre Flügel und singt ein Feenlied mit ihrer sanften Stimme. Das Lied vergeht und ein Teil des Schmerzes mit ihr, das ist ein kleines Wunder, das funktioniert. Wenn du diese Fee aus ihrem Versteck rauslocken kannst, kannst du den anderen Menschen in vielen Situationen helfen. Guck dich um, vielleicht hast du diese Fee bei den anderen schon gesehen. Sie ist wirklich wunderschön. Guck dich um, vielleicht hast du diese Fee bei den anderen Schmerzen.